Hallihallo zusammen und willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo, ein ganz kurzes, wo ich euch ein neues Item präsentieren will, was bei der neuen Version von Stadio Value Version 1.1 online kam. Und zwar haben wir jetzt die Chance einen Jumino Plüsch zu finden, einen grünen Plüsch. Da müsst ihr beachten, dass ihr, egal welcher Jahreszeit es ist, am 28. muss es sein, also immer der letzte Tag der Saison, müsst ihr um Punkt 12 Uhr. In die Stadt laufen und müsst rauf zum Spielplatz gehen. Ich habe die Information bei unserem Livestream bekommen, also es ist nicht, dass ich direkt für euch aufnehme, es ist so ein Livestream mit rausgeschnitten. Dann habe ich die Information bekommen, dass es das gibt und habe ich einfach mal ausgetestet. Ich dachte erst, es ist irgendwie ein Prank oder sonstiges, aber ihr müsst da oben den Busch anklicken um 12 Uhr. Es muss ganz genau 12 Uhr sein. Ich habe gerade gesehen, ich habe um 11.50 Uhr geklickt, ist nichts passiert. Einfach ein bisschen warten und zack, genau um 12 Uhr taucht dann der Jumino Plüsch auf. Es ist ein Dekorationsitem, den könnt ihr bei euch zu Hause aufstellen. Ich frage mich nur gerade, gibt es verschiedene Farben davon, weil es gibt ja mehrere Farben von den Juminos. Ist jetzt nur der Grüne das Einzige, was es gibt? Kann man den öfters holen? Jede Saison, das heißt, kann man sich eine Jumino Armee bauen? Ich weiß es nicht, ich werde aber austesten, dass ich am 28. jeder Saison einmal alle Büsche abklappern werde und schauen, vielleicht gibt es woanders auch die Chance, andere Farben zu bekommen. Bekommen von anderen Saisons, andere Farben, weil es Grün, Winter und im Sommer kommt dann Rot oder Lila oder weiß weiß ich was. Ich probiere es mal aus, wenn ich was herausfinde, gebe ich euch natürlich Bescheid. Wisst ihr da irgendeinen Hinweis, ob da irgendwas anders zusammenhängt? Gibt es andere Büsche zu anderen Uhrzeiten, wo man was bekommt? Dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Auf jeden Fall, wollt ihr so einen Plüsch haben? Vergesst nicht, dass ihr am 28. der Saison zum Spielplatz hochgeht, einfach den Busch anklickt um genau 12 Uhr und dann, wenn ich einmal in den Livestream da jetzt einmal ins Haus reingehen würde und dann könnt ihr euch dann auch ansehen, wie er aussieht, dann seht ihr den. Oh, wir warten mal kurz, ja, lauf mal da rein. Oh, ja, spazier da hin. Ja, da genau, da haben wir den Plüsch. So sieht er dann aus, wenn man ihn aufstellt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine kleine Information wieder, wenn ihr was noch nicht gefunden habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Also lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.